Krieg? Krieg ist nur ein größeres, besseres Spiel. Verwalt in einer Pyramide. Ein Pharoahs Spirit kann sich mit dem Sonn wieder einmal zu sein. Auf der Battlefield? Mein Lanz ist mein Leben! Ah, jetzt haben wir da Endsvue Soldaten. Normal müsste das ja funktionieren. So, schauen wir mal. Oh, das ist immer eh vereinflusst. Ich werde die Pharoahs trust in me, mit meinen Talents. Boah, das geht mir gar nicht klar hier. Was? 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 Nope. Den besiege ich nicht. Ha, haben wir besiegt? Na. Na ja, den schaffe ich nicht. Den schaffe ich einfach noch nicht. Keine Ahnung. Hm. Könnt'n da mal nochmal. Schauen, was hier so geht. Werden? Das ist nicht so, da liegt ja noch. Wir machen, was hier auch nicht. Die Arbeit. Das ist nicht so, aber auch nicht. Das ist nicht so, ich glaube, die Hände nicht. Aber, wenn wir das sind nicht so, ich mache. Vielen Dank. Vielen Dank. Ach, das ist wieder sowas. Ah ja. Das ist interessant. Das ist interessant. Hä? 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 Ach. Hä? wie ding die machen mein turm gleich kaputt da können wir immer mehr ich glaube mit einer einheit schaffe ich das nicht mehr die macht den plot sondern dennoch bitte 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 obwohl die mir den turm besiegt haben warum stimmen die nicht wir haben trotzdem gewonnen hat zum glück aber bloß und stirn hier weil es heftig So, ich n'ai die da. Ah nein, die machen aber wieder ein Turm kaputt. Oh, schlecht. Oh, schnell, schnell, schnell. Ach, die haben ja schon wieder den Turm kaputt gemacht, toll. Da noch mal marschieren. So, das glaube ich, ja, okay, das haben wir abgeschaft, super. Ja, sehr schön. So, schauen wir mal, was da fertig ist. Okay. Da haben wir nix. Hm. Kann man nur noch mal graben? Ich halte durch. Mein Sohn wird unsere ruhmreiche Linie weiterführen. Kiste, okay. Okay, Kiste ist immer cool. Ist sehr gut. Okay, wir müssen nur Einheiten machen. Ach. Ich glaube, wir haben zu wenig. Geek. Geek. Okay. 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 Hm. Hm. War erst die Truhe nur. Jawohl. Sammler. Wir müssen erst das Sammeln abschließen. Äh, Besiegetreiber waren auf der Korte. Und, äh, Hilf deinem Verbündeten zwanzigmal. Dann Tagesaufträge. Hm. Da haben wir 13 von 15 übrigens. Wo ist eigentlich mein... Hm. Ah. Man konnte sich jetzt das Wort angreifen. Wo ist eigentlich mein anderer Typ? Schauen wir mal. Ob da was geht. Ah ja, die kennen wir schon. Cool. Äh, ist glaube ich besser, oder? Wenn man das zu zweit macht. Ach, das sind Level 8. Okay. Dann mach ich die auch noch. Oder? Oder die da oben. Das sind 6er. Schauen wir mal, ob wir die da besiegen können. Wär nämlich gut. Bitte nicht verlieren. Bitte nicht verlieren. Besiegt, okay. So, dann machen wir die nur noch. Hä, was will der? Okay. Greif ich die auch noch alle an. He, he, he. He, he. Ja, 6er war sie nicht. Aber die 3er, die kriege ich locker. Aber 6 und 7 bin ich mir nicht sicher. Aber 6 ist harte. Okay, Hammer. Cool. Mal schauen, ob ich die noch krieg. Mal schnell heilen. So, nochmal welche hier rein. Mal schauen, da müssten wir ja die 7 auch schaffen. Naja, da draußen haben wir Truppen, aber wenn wir das anders machen, die Herausforderung Level 10, da bin ich schlecht. Okay, die haben wir auch. Da-di-di-da, ha-ha. Wo sind denn welche? Da sind nur welche. Komm gleich nur mal rein und heilen. Okay, das brauche ich nicht. 20 muss man besiegen, ah ja. Okay, die Barbanen müssen die A hinkriegen, oder? Mal schauen. Ah, okay, da sind nur 5. Wir haben jetzt 18, dann ist das 19, wenn wir die da schaffen. Boah, heftig. Hm, wer knapp. Werde echt knapp. Haben wir besiegt? Ah ja. Da können wir die doch nur angreifen. Marschieren. Da nochmal marschieren. Okay, das geht nur in Forschung. Das ist noch nicht ganz fährlich. Heilen. Heilen. Nutze Steinhubgegenstände. Nutze einen Holzhubgegenstand. Ah, okay, das ist Sternenlevel 10 und 10, dann ist die eigentlich fertig. Da-di-da-dam. So, sind die schon beim angreifen? No, 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 no. Okay. Okay. Und? Komm, 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 komm. Weiß sind die harte. Ach, hier wieder auch nur Schnee hin. So, Schnee, ähm. Heilen. Wo waren die? Nach da oben. Der ist gleich tot. Boah, die Schafe noch nicht. Niederlage, Niederlage. Boah, der hat ganz schön viel Leben, hä? Schade. Der hat zu viel Leben. Schade. Schade. Okay. Besiege 25 Barbaren. Werte Bognerei auf. Werte einen Kommandanten zu Level 11 auf. Aber das sind ja bloß... Aber das sind ja bloß... ... ... ... ... ... Genau. Möchte ich nicht. Ah. Ah. Untertitelung des ZDF, 2020 Heavy Wie macht man denn das? Oh, okay Oh, wow Okay, der hat nur mein Talent Ah, jetzt kommen wir den auf Level 11 Ach ja, okay Dann geht der auf Level 11 Jetzt mache ich das da nur schnell Suchen wir da noch ein bisschen was On the battlefield, my lance is my I'm always ready Buried within a pyramid A pharaoh's spirit may become one with the sun once more Hm, geht nicht Noch nicht Er müsste eigentlich funktionieren Weil wir haben Keine Truppen Aber warum er bietet Hm Geht nicht Aber Wir könnten Könnten meinen Kampf nochmal schauen So, schau mal Ob man jetzt schaffen Besser wie ein höheres Sternenlevel Wüsste ja jetzt funktionieren Oder? Schnell bin ich aber so tot Ich glaube ich schaff den wieder nicht Ich bin schon wieder rot Oh, 900 Das wird knapp Oh, oh, oh Oh, oh Ich werde die pharaohs Trust in mich Mit meinen Talenten Ich werde die pharaohs Trust in mich Nein Da hat nur 100 kopp Oh, Mann So, nur mal schauen. Der kann nicht so schwer sein. Der kann nicht so schwer sein. Der muss einfach. Gibt es ja nicht, dass der hier... Aber was ich sehe ist, dass der Gegner, der zieht schon viele Punkte. Der hat mehr, mehr Specials, glaube ich. Das packt ihm nicht. Weil zum Schluss habe ich wieder weniger Leben wie der. Der hat mehr, das geht sich nicht aus. Der ist bei 200 Leben mehr wie ich. Ich bin schon bei 6. Bei 5, der ist jetzt bei 9. Der macht mich fertig. Da muss man nur mal leveln. Ja, sag ich doch, das geht nicht. Da braucht man nur... Naja, Minimum Level. Irgendwas. Level 11 oder so. Mal schauen. Und... Müssen wir nur ein bisschen hochleveln. Irgendwas. Ähm, was haben wir da noch? Okay, geht nicht. Moment. Der, das dauert noch. War ich nur mit Truppen. Okay, das haben wir welche drin. Hey, hey, hey. Noch mal ein bisschen Bob Pferde. Da haben wir noch Katapulte. So. Okay. Gesagt, das lädt noch. Oh. The god of Narcum to me. Let your sickness. I'm always ready. Ha, 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 ha. So. I'm always ready. Ha, 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 ha. So. Ich hoffe, dass ich die da noch mal scharf. Wie siegt. Jawoll. Gut. Heilen. Wie sind wir sie jetzt mit die... Ah, doch, sind nur Baban. Da haben wir noch welche. Hä, wo ist der Ander? Ja, vielleicht schau ich das alleine. Ja. Geht. Okay. Wir könnten eigentlich immer das... Krankenhaus-Level... Ja, ich bin jetzt halt. Ich bin jetzt im Allgemeinen. Und höll ich zu. Ich soll mich nicht aus. Ich soll mich nicht aus. Und dann machen wir das zu. Ja, das ist ja. Ich werde mich nicht mehr losgelen. Ich werde mich nicht bewegen. Ich werde mich nicht auf ein Ife. Was hast du da? Okay, reparieren. Ah, wir haben schon wieder fast die letzte Kiste. Wow. Das nur schnell mal. So. Cool. Ein paar Aufträge haben wir noch. Vielleicht schaffen wir die sogar noch. Muss man mal schauen. Okay, das dauert 37 Minuten. Okay. 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 der fnallig stilts noch mal zuerst den müsst ihr nur die mussten auch flügel ins kriegen oder kreis die kann abgabe anlocken die stelle trubi tschüss mit landen von mann m haben wieder drei schlüsseln einer ist nur da auch für einen haben wir noch mal cool namen irgendwas lilan ist naja dort kriegen wir noch keine talente ok da kann man das dann zurück stufen 18 skulpturen aufwertungen keine ahnung was das sein soll wir haben da mega viele riesige dinge gewährt deiner stadt 1000 provinz keine ahnung ob mir das hernehmen soll er macht das mal so 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 wo war ich gibt's nix an Geschenke traurig wollte ein paar Geschenke haben ach da haben wir wieder was fertig okay mal schauen wie die kiste noch kriegt da kommen wir jetzt den hier noch irgendwie level der war ja auch dabei okay geht nicht mit haben wir keine nur truhe öffnen naja haben nur anschlüge jawohl der ist auch hoch zwar nicht viel aber es geht geht war noch mal dem müsste ich noch den hammer auf level 11 mache ich nur auf level 10 oder so haben wir da etlich abgeschlossen level 1 bogenerei okay das dauert noch mal schauen geht das jetzt keinerlei truppen geht auch nix okay wir haben keine truppen mehr aber warum nicht kassierne ich glaube wir müssen die kassierne nur mal hoch level oder sollte man machen ja warum ist das dann nicht level ach ja doch das wäre jetzt ein level ding aber endet da irgendwo ach da ist auch noch was zum erkundeln ok so dann haben wir dann ein bisschen was zum erkunden ausbilden werte einen kommandant zu level 13 auf also das ist auch noch was zum erkunden das ist auch noch was zum erkunden das ist auch noch was zum erkunden Da haben wir nix. Schade. Was war das jetzt? Steinbruch, Holz haben wir auch nicht. Hey, was ist das? Ach, Erfolg. Guck her. Ah, wir kennen da auch noch Sachen sammeln. Cool, cool. Okay. Sonst gibt es da wieder mal nix. Okay. So. 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 Ich glaube ihr macht die immer zu zweit fertig oder? Denk zwei dahin, dann wieder zwei dahin. Ich glaube das ist besser. Schauen wir mal ob das vom Ding her reicht. Boah, Tisern aber heftig starke. Ich glaube ich pack die wieder nieder. Die haben nur zu viel Energie. Nee, die glaube ich schaffe nicht. Könnte knapp werden. Ja doch, die packen wir. Die schaffen wir. Ja, 100 pro. Jawoll. Sehr gut, Sieg. Das ist schön. So zwischendurch mal. Das ist ein kleines Kämpfchen. Okay. Was könnte man nochmal? Ach, wo war denn dieses Dingsbums? Bündnissystem. Ah, wir können aber jede Menge wieder abholen. Ding. 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 Die Statistik, da brauche ich eigentlich nicht. Uninteressant. So was haben wir da bei Favoriten, können wir auch raushauen. Okay. Hm. Ist das Level 11? Ja das ist Level 11. Aber. Man muss ihn auf Level 13 machen. Boah. Hä wo war? Wo ist dieses Ding dahin, das wir vorher gemacht haben? Ach da war das dabei oder? Ah ja. Bei 4 müssen wir nur kämpfen. Hm. 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 Ah schnell. Hilfe. Die greifen da schon an. Da schnell marschieren. So den da. Boah die machen wir echt meinen Turm kaputt. Oh 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 oh. Das wird nicht gut. Wo ist das? Oh, das wird das gemacht. Oh. Oh. Das geht nach. Musik. Das geht na. Godfinde. Ah. Oh 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 oh. Das geht nach. Ah oh. 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 Oh oh oh. Oh 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 oh. da ist mein überfordert okay die kämmer hier wieder hier ich glaube wenn die türme weg sind glaube ich dann sind wir tot oder dann haben wir nichts mehr ich bin ich bin schau wie das aber leider nur ein stern nicht gut 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 aber die schafft man muss jawoll gut gegangen so was haben wir hier jetzt darüber marschieren vorher die da mache ich erst die zwei da oben oder weil es wird immer heftiger da bin ich tot da bin ich da das ist mir zu hart die haben zu viel ja das geht nicht wow aber 4.000 konnte ich vergessen weil dann habe ich nur 5.000 wieso ich das mache zeit ist um ok schau wie nett da 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 ja dann so dann hat der Anubotalente cool ok cool ah ja da sterne so automatisch und entwickeln so 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 ok ok so 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 prima ok ok das geht leider nicht mehr wir haben ja keine Soldaten mehr leider nicht mehr wir müssen nur mehr rekrutieren rotieren tot it oh so wird nichts mehr l ja oder so möchte ich nicht das kommen abholen sehr schön ja 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 Wir haben ja Abende. Hey, wo kann man denn die Dinger denn nun mal raus kloppen? War? War ist nur ein größer, größer Spiel. Na ja, okay, der hat Akko Talent mehr, okay. So, Rathaus Level 8. Kann man das jetzt mit die? Ein paar Fahnen schnell machen. So, schauen wir mal, ob das klappt. Huh? Hm. Ich glaube nicht, dass wir das da schaffen. Land der Kultur. Paar Barbaren bräuchte ich nur. Niederlage. Was? Ist ja heftig. Oh shit. Das gibt's ja nicht. Wir haben so viele Soldaten. Was ist da los, hä? Was ist da los, hä? Was ist da los? Ja. Ich habe das. Ich kann das. Wie ist das? Das ist das? als ganze zeit am heilen damit können die wir vielleicht besiegen äh wo ist der andere äh hä normal ob ich doch den grünen noch gehabt schau wie inet wir haben es doch geschafft cool hmm I am Lancelot Duloc, Knight of the Round Table. Come to me. Let your sickness trouble you no longer. I will repay the pharaohs trust in me with my talents. Ach, die sind zu zweit. Ah. Let's check this. Come to me. Let your sickness trouble you no longer. Uh-oh. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Niederlage. Naja, ist nicht so schlimm. Okay, da haben wir nichts. Haben wir das schon... Ach, wir haben das schon fertig, oder? Müssen nur Bavaren killen. Blatt Stalin losz. You guys can't lose a오. Uncогод 30 jargon ausz- Allerggedo- AmitIDEι is количе 2 mdimsing. Abonnut Turtle. Wow. der sieg erst mal wieder heilen haben achten müssen 30 mark na ja die gehen dieser nur auf 1 die schaffen wir mit links besiegt ferrig da sind noch welche müsste der letzte sei ist der letzte da ist wieder was mit ok man kann ja noch 35 bauern mal da Komm zu mir, lass deine Krankheit dich nicht mehr beschäftigen. Okay, auch mal welche, oder? Okay, ist auch noch nicht fertig, müssen wir nur ein bisschen wieder warten, so, jetzt geht's, oder? Ja, jawoll. Hauptsächlich, wir können ja nur ein bisschen hochleveln. Okay, jetzt brachten wir ja schon 40. Komm zu mir. Lass deine Krankheit dich nicht mehr problemen. Da-da, da-di-da, da-di-dam, da-dam. Okay, haben wir besiegt. Okay. Okay. So lange das Ding nicht geht, das Rathaus, ist es sowieso ein Buch. Okay, da sank einem mehr. Nix vorhanden. Ah, wir kriegen da sogar nur Geschenke. Okay. Das müssen wir doch mal... Okay. Kein Plan. Okay, wieder Sieg. Na ja, heil. Okay. 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 So. Okay. Da kommt mir nur was mal an. Knochenhalskette, wow. Schauen wir mal, ob man, ah ja, die kann man komplett aufmachen. Alles nach, das war da, wo da. Ja. Okay, wir haben da sieben, ah, wir könnten die ganzen Dinge nur öffnen. Da, 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 da. Da mal einen. Fünf Schlüssel nur, wow. Na, erstmal alles da irgendwie raushauen. So. Ach, einen haben wir noch, okay. So, ähm. Da war doch noch irgendwas. Ach so, okay. Dacht man schon, hä? Wissen das? 30 Tage Edelsteine, okay. Okay. Was ist denn mit denen, ah, die haben Talente. Ah ja, cool. Cool, cool. Das ist sehr nett. Hey, die konnten noch hoch gewertet werden, okay. Ja. So. Die muss man, glaub ich, auf 13 Mal, oder? Ja. Talente. Nehmen wir dir's, ja. Da müsst ihr jetzt ein paar Sachen wieder fährlich hauen. Okay. Hammer. Jetzt geht's mit 50 weiter, okay. hier. The god, the sun to me. Let your sickness trouble you no longer. Sieg. Wow. Oh. Oh. Vielen Dank.